Herzlich willkommen hier bei Gleichlaut TV. Wir nehmen euch heute mit auf den CSD in Düsseldorf 2015 unter dem Motto UNSER DORF. Wir begleiten euch, nehmen euch mit zur Demonstration zum Straßenfest. Trotz des grauen Wetters bin ich ganz zuversichtlich, dass es sich heute ein kunterbunter Tag werden wird. Kommt doch einfach mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr seht, hinter mir wird schon kräftig gefeiert auf der Open-Air-Bühne am Rhein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns später alle wiedersehen, und zwar auf der Schamlos. Hier die offizielle Party nach dem CSD, nach dem Umzug. Morgen geht es weiter mit dem Straßenfest und auch mit weiteren CSDs im Lande. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiter folgt auf Facebook und auch dann wieder dabei seid. Vielen Dank, ich gehe jetzt auch feiern. Bis später. Vielen Dank.